Hallo liebe Eintracht-Fans, ich stehe hier in meiner Meinung nach bestem Tattoo-Studio in Braunschweig bei Sorry Mom. Eintracht Braunschweig hat sich eine richtig coole Aktion überlegt und zwar unter dem Motto Wahre Liebe hält eine Ewigkeit. Es gibt richtig schöne Sachen zu gewinnen. Du kannst dir hier dein Eintracht-Tattoo abholen. Es wurden hier sich verschiedene Motive überlegt und da kannst du auswählen, wenn du gewinnst, auf welches Motiv denn du da Lust hast. Und es gibt ein romantisches Drei-Gänge-Menü in der Waren Liebe am 14.02., dem Valentinstag, passend dazu. Dafür musst du etwas tun und zwar wollen wir wissen, warum ist Eintracht Braunschweig deine wahre Liebe. Dafür gibt es keine Regeln, ihr könnt euch was einfallen lassen, je nachdem was ihr wollt. Informationen darüber gibt es noch auf der Homepage auf eintracht.com und wir sind gespannt, was ihr euch da einfallen lässt, um diese schönen Gewinne abzuholen.